Läuft dagegen ein Fass, das weißt du, oder? Nein, bin ich nicht. Oh, 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 oh. So, da geht die Leiter nach oben. Hier geht was um die Ecke, hier können wir durch, wollen wir aber nicht, wir gehen jetzt nochmal hier umgucken. Ich weiß nicht, wer du bist. Ja, du bist einer von den Bösen, von daher tut es mir überhaupt nicht leid. Ah. Oh. Oh, jetzt haben wir ein neues Ding hier genommen, gefunden, aber nö, nicht genug Saft. Jetzt müssen wir erst wieder einen Generator anschalten. Backup Generator, das geht da lang. Ich möchte aber erst die Leiter hoch. Mal gucken, was es hier in den Ecken gibt. Bestimmt wieder gar nichts. Aber Hauptsache, ich bin wieder wie so ein Affe irgendwo rumgeklettert hat. Da, ne. Das sieht ja sehr interessant hier oben aus. Hier kommen wir wieder in den Lüftungsschacht, da waren wir ja auch lange nicht mehr. Ja, 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 das Spiel lieb, äh, boah, lebt nur von Lüftungsschächten. Und runter und quicksafe. Und nicht wissen, wo man ist, ja. Da liegt was, sehr schön. Ich hoffe, das war jetzt nicht das Einzige, weswegen ich hier rein will. Hm, da geht's raum. Da geht's raus. Da geht's nicht raus? Hm, da geht's raus. Schau mir mal. Ja, genau. Da liegt einer. Was mach ich? So, langsam. Aufstehen? Gut. Nein, bin ich nicht. Erzähl kein. So, dann gehen wir jetzt doch durch die Tür. Man wird jetzt auch den ganzen Weg jetzt irgendwie sparen können, aber höh, höh. Da oben ist noch ein Venti-Durchgang, Lüftungsschacht. Kann ich dich irgendwie ausschalten? Null, kann ich nicht. Ja, komm um die Ecke, komm, trau dich. Tja, eh. Ähm. Nein, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Security door closed. Oh, so, hier ist noch. Ey, das ist doch alles Kacke hier drin. Kann ich jetzt einfach irgendwo lampen? Oh, da geht's ihm doch schon gleich viel besser. Komm. 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 Und, uah. Das hat wieder nicht geklappt. Ich check es nicht. Weg, 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 weg. Boah, ein Traum, wie dunkel das hier ist. Bist du ein Generator? Nö, anscheinend nicht. Aber wir können uns heilen. Nein, brauchen wir gar nicht. Das ist doch toll. Dann haben wir auch keine Aufladung von dem Ding verbraucht. Hier was mag ich doch. Nicht ruckeln, böse. Oh, da kommt eine Wache um die Ecke, glaube ich. Nummer eins, kaputt. Nummer zwei. Der ist schon kaputt. Gut. Ich möchte immer noch so eine Waffe. Kommen wir durchs Tor? Gut, natürlich nicht. Warum auch? Durch die Teile möchte ich nicht durchgehen, glaube ich. Da müssen wir, denke ich, runter, oder? Wir gehen jetzt mal hier hinten gucken. Okay, da möchte ich nicht runter. Hm. Dann stürzen wir uns hier in den Schacht, wo auch immer der hinfühlt. Da stand was. Ich habe es natürlich nicht gelesen. Ach, den Notfallgenerator. Wir sind also richtig. Power Switch. So. Ja, die Energie ist zurück. Wir sollen jetzt wieder zur Kontrollstation und wieder alles starten. Toll. Jetzt muss ich wieder den Weg zurück in die Kontrollstation finden. und muss von der Kontrollstation außen zurück zur Strecke finden. Das kann ja nur in die Hose gehen. Nur sicher gehen, dass er wirklich unten bleibt. So, jetzt achte ich auch nicht auf diese komischen Glaser-Dinger am Boden. Das ist mir jetzt eigentlich reichlich egal. Ja, 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 das wissen wir alle schon, danke. Zuerst du alles. Wir gehen jetzt lange hier. Ja, hey. Und da, der, der, das Fahrzeug-Dingel da funktioniert wieder. Ja, äh, wir können nun eine Zelle weiter in Richtung Minen-Kern fahren. Also, quicksafe wir und frappst Beruhigungskat. So, Lampe an, weiter geht's. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wo wir langen müssen, aber... Ja, schön für die Security-Door. Ja, wir laufen einfach hier lang, was so ist. Boah, hell. So, jetzt mussten wir... Das zweite Ding. Dann gehen wir einfach das Teil hier runter. Machen wir nicht dann. Drehen uns um. Nehmen die erste Ausfahrt. Links. Genau. Ich hoffe, jetzt läuft das auch. Nicht, dass ich jetzt noch irgendwie 3000 andere Sachen machen muss, bevor ich hiermit zum Teil vernünftig wegkomme. Ja, und nun? Bin jetzt hier. Wäre jetzt schön, wenn jetzt so ein Ding kommen würde. Es gab doch nur diese zwei. Also, das auf dieser Seite und das auf der anderen, oder? Na, wir gehen mal drüben gucken. Hm. Kompliziert. Aber hier war das ja kaputt. Hier kann ja eigentlich nichts mehr laufen. Nö, da kann nichts laufen. Also, muss es ja das zweite sein. Oder hatte ich das irgendwo anders noch? Oder gab es da, wo ich das Ding gerade aktiviert habe? Gab es da eine andere? Und hier war noch mal gucken. Dass ich mir aber auch echt überhaupt nichts merke. Das ist, das ist ein Traum. Echt. Wenn ich mir das einfach merken würde, müsste ich nicht immer tausendmal hier hin und her geistern. Aber nö, wir geistern lieber. Da macht doch die Lampe. So, rechts war das. Das war noch mal links. Anscheinend nichts interessantes. Leider noch. Auch egal. Wir gehen jetzt auf der anderen Seite suchen. Ja, weiß ich. Ja, mehrfach. Da oben ging es... Hier ging es nur in den Kontrollraum. Da ging es nur zum Generator. Also bringt uns das hier mal gar nichts. Und ich weiß das. Gehe ich noch auf der anderen Seite gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was da jetzt genau war. Hier wird ja sicher nur irgendwas interessantes kommen. Bleibt ja hoch. Ansonsten kann es nur noch diese eine zweite sein, wo ich gerade war. Aber da ist ja nichts passiert. Jetzt komme ich glaube bei mir... ...einen Leiter hier wieder raus. Da liegt jemand. Da ist noch eine Nanostation. Hier ist ein Dingenskirchen. Also hier habe ich... ...die da aktiviert. Ich glaube dann auch die da, oder? Man weiß es ja nicht. Also es ist ja hier... ... ... ... Das war... Ach, das war der Fahrstuhl, mit dem ich gefahren bin. Also bringt mir das alles hier in den Traum nichts. Dann gehen wir jetzt zu dieser zweiten Station. Also diese... ...benachbarte von der kaputten. Traust du dich? Ja, eventuell. Ja, dann... ...springen wir halt. Ne, das macht ja nichts. Ja, ja, weiß ich nicht jetzt. Na da, die Leiter nimmst du jetzt vernünftig. Ja, dankeschön. Dann... ... ... ... ... ... Nur leider... ... ... ... Wo war das? Dahin? Das Gelaufe. Bei einem richtig guten Schnitt wird das wieder eine Folge, wo ich nur sinnlos in der Gegend rumrenne, ...irgendwas suche und das Ganze komplett ohne Action. Ich sehe es schon kommen. So, das müsste da jetzt durch sein. Ja, ja, das wissen wir alle mittlerweile. Wir haben es ja schon mehrfach gehört. Ah, blub. Ich hätte es doch einfach ausschalten können, wenn ich draufschieße. Ja. Rail-Power. Wunderbar, was muss ich denn das wissen? Ah, hier sitzt da irgendwas? Schrauben drüber. Da ist was. Ach, das ist das Ding, da wo es so ganz tief runterging. Und das haben wir auch. So, schön. Wo war das? War das hier durch? Waren wir voll? 3, 6, 1.